Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Mango-Getränk. Dieses Mango-Getränk NDL Mango-Drank stammt aus der Küche der indischen Einwanderer Surinames. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Vier Mangos, drei Esslöffel Zucker, 0,5 Liter Wasser, drei Esslöffel Zitronensaft, acht Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Scharfes Messer, Schneidebrett, Küchenmaschine oder Stabmixer, vier Gläser. Zubereitung Die Mangos schälen, in Stücke schneiden und in einer Küchenmaschine pürieren. Mit Zucker, Wasser und Zitronensaft vermischen. Alles miteinander vermischen, bis der Zucker aufgelöst ist. Gekühlt mit Eiswürfeln servieren. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit.